Hallo Werder Bremen Fans, wenn ihr keine Werder News aus erster Hand verpassen wollt, abonniert jetzt diesen Kanal, denn wir sind immer aufmerksam auf die aktuellsten Werder News und hier seid ihr immer über alles auf dem Laufenden. Ich arbeite unheimlich gerne mit Niklas Füllkrug zusammen. Er ist ein Spieler, der uns ganz viel gibt, auf dem Platz und neben dem Platz. Er ist für uns eine ganz zentrale Person. Ich wünsche mir, dass er bei uns bleibt, weil er diese Rolle hat. Eigentlich waren die Bremer in diesem Sommer davon ausgegangen, einen oder zwei Leistungsträger teuer zu verkaufen, um mit den Einnahmen mehrere Neuzugänge zu finanzieren. Werders Kaderplanung verläuft aber auch deshalb so schleppend, weil Füllkrugs Zukunft eine Woche vor dem Ende der Transferfrist am 1. September immer noch offen ist. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank, auch weiterhin. So wollen die Bremer trotz der finanziell begrenzten Möglichkeiten unbedingt noch einen Linksverteidiger begründen. Das ist eine Position, die für uns wichtig ist und auf der wir noch etwas tun wollen, bestätigte Profifußballleiter Clemens Fritz. Hallo Werder-Fans, wird Ihrer Meinung nach Ole Werner Füllkrug davon überzeugen, bei Werder zu bleiben oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreib es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unser Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen.